Also im Bunker sind sie auf jeden Fall drin. Nein. Oh, warte mal, ich kann eigentlich mal gucken, ich bin ja vorhin einen Rang aufgestiegen. Einsatzziel Albers, erobert. Geld habe ich ja ohne Ende, 1600. Hast du so gekriegt? Oh, was ist das denn? Ach so, das ist die Schrotflinte, die nehme ich jetzt mal her. Die will ich wirklich mal ausprobieren. Oh, der Panzer ist wieder da, Tobi. Ich komme wieder nach B. Hat sich der Ton auch verändert, wenn man getroffen ist. Max Power habe ich bei mir mit drin. Cooler Name. Max, dann halt mal kurz an, damit ich rein springen kann. Bitte? Ja. Ich hab drin. Ja. Alles klar. Und ich bin auf der 5. Also rechte Seite? Ja. Alles klar. Wir fahren mal einmal durch. Ich halte hier vom Bunker, ne? Ja. Das ist keiner auf der 4. Also ich bin jetzt auf der 4, ne? Ja. Alles klar. Wechsel mal. Mach an. Scheiße. Da ist noch niemand auf der Seite. Doch. Zwei Stück. Warte. Einer kommt noch. Ja. Okay, einer weg. Mach an, mach an, mach an. Da ist noch einer. Ist an. Was fahren wir jetzt noch? In das Kampfgebiet zurück. Achso. Ah, Sektor haben wir gesichert. Alles gut. Da kann ich mich auch mal reparieren gehen. Mein Gott. Wir müssen das Ziel erobern. Was mit? Okay. Ich bin jetzt auf der 4. Ja, okay. Macht Sinn. Obwohl wir jetzt ja auch, glaub ich. Ich fahr mal links rüber. Wir fahren mal dahin. Oh. Also nach B willst du? Ja, ich mach mal B. Sacker. Zack. So, vor uns kommen sie jetzt. Links mach mal an. Dann hauen wir da mal einmal lang hier. Okay, ich hab jemanden erwischt. Ich fahr mal rückwärts. Ich fahr mal rückwärts. Da unten sind ganz viele. Genau, mach mal an. Den hast du auch mitgenommen. Fack. Raus! Fack. Lebe ich noch? Lebe ich noch? Ja. Ich lebe nicht mehr. Ja, aber wir gehen mal... Ah, ich komm bei dir raus, glaub ich. Wenn du das da unten bist. Ja, ich bin direkt bei B. Ja. Ah, genau. Ich lauf ja weiter hin. Ja, toll. Hast du das grad überlebt? Hast du das wirklich überlebt? Ja! Dann belebe ich mich wieder, oder wie bist du unterwegs? Ne. Ja, ich wollt grad sagen, ich stand genau hinter dir, ey. Ne, ich hab das nicht überlebt. Ich wurde dann... Ja, ich hab das überlebt, wurde dann aber von einem... ... etwas später erschossen. Lass uns mal... Achso. Nach A? Da gibt's ein Flugzeug, ein Bomber. A ist noch frei. Ich will mal meine neue Pumpgun ausprobieren. Uh, das ist sogar... Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Ich hab immer noch die Flamm-Dinger mit. Ich hab keine Ahnung... Komm hier durch, komm da durch, komm... Ich weiß doch, dass du da stehst. Ich bin grad mit nem Bomber unterwegs. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich will mir jetzt noch ins Kampfgebiet. Komm, flieg. Oh, Bobby, ja. Was machst du denn da? Versuchen, einen Bomber zu fliegen. Aaaaah. Herr Robert, das Ziel! Noch mehr Upgrades? Muss ich wirklich noch einen auf? Ich hab jemanden getroffen. Sehr schön. Nein. Die Helfer ja scheint aber besser zu sein als... ...tjo. Ah, wieder beides verloren. Das geht doch mir schon wieder richtig ausprobieren. So, irgendwann muss das Haus da weg. Ja. So. Bums, bums. Rein da. So, mal ein bisschen Feuer machen hier. Oh, 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 oh. Ja. Cool. Oh. Boah, mein Gott. Q1, äh, QF1AA. Ey, was sind das denn alles für Hampelmänner hier? Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug wird es dort. Da bist du von mir weg. Boah, pass auf hinten an der... Links von dir. Auf der, äh, im Schloss oben, da sind auch schon welche mit dem Scharfschützengewehr. Von links kam was, von rechts kam was. Von oben, von unten. Was hat der denn, Torette? Ja, also ich würde mal sagen, dass wir vielleicht versuchen, mit unserem Squad wirklich auf B zu gehen, weil die anderen verzweifeln eh schon alle. Was ist das denn schön? Was ist das denn schön? Panzer ist da. Ist der Landkreuzer? Wo ist der leichte Panzer? Wo ist der leichte Panzer? Bax. Komm her, bitte? Ist der leichte Panzer? Wir haben noch... Nein. Ja, die haben aber dicke, fette Geschütze da hinten. Deswegen, da wären wir nicht... Warum stellen die sich denn jetzt gerade schon wieder so kacke an? Okay, die Torpedos kann man mal direkt machen. Ja komm, ich versuch's mal. Ich hol mal eben die Scharfschützengewehr weg. Oh ja, ne, ich werd schon beschossen hier. Boah, von links, von rechts. Ich wurde von einem Schwenkgrill getötet. Hm. Ist er noch da überhaupt, Herr Max? Ich bin da, ja. Ich muss mich gerade noch reparieren. Ich will eigentlich die scheiß Scharfschützen mit da hinten packen, aber... Das wird heute einfach nix. Ist dein Flugzeug voll? Ich kann dich nicht auswählen zum... Ja, ja, ich... Ich hab's voll besetzt. Links von dir ist ein... Feindliches... Ja. Flugzeug. Ja. Komm, es ist einer... Komm, ich komme auch mit einem MG. Oh ja, super, komm. Da sind jetzt gerade genug Leute... Komm, Sunny. Dass man A vielleicht jetzt kriegen kann. Wir haben A. Äh, B meine ich. Weil wir A haben. Komm, das sind... Oh, und Tom ist hinter uns... Yes! Den ersten gemessert. Ja, Tobi, sauber. Hinter uns. Mach ihn auch fertig. Komm, komm, komm. Jawoll. Boah! Nummer zwei gemessert. Wir verlieren Einsatzstil Albert. Weißt du was löst? Ja, ey. Komm, Albert wird eingenommen, Tobi. Umdrehen. Genau das Ding müssen wir jetzt halten. Das ist jetzt wichtig. Da ist eine Leiche auf mich gefallen. Nein, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Ach, fuck. Bei mir hat's nicht funktioniert. Komm, mach ihn. Mach ihn, Tobi. Ach. Nein. Ich hab den auch probiert. Ja, wir haben einen eroberten Sektor. Ja, aber durch uns. Oh, und wurde direkt vom Bomber erlegt. Und markier mal bitte C. Herr Obert, das Ziel. Ja, was ist jetzt hier wieder los? Autsch. Oh, der Panzer hinterlässt ja sogar Krater, wenn er irgendwo hinschießt. Ja, ja. Bei zwei Stunden 23, zwei Stunden 20. Da muss ich mal nachgucken. Dann Highlights setzen kann. Oh, mein Gott. Ja, genau, da hinten ist er rein. Nein, nicht noch weiterlaufen. Da hinten kommt er nicht weiter. Das bringt nichts. Wir müssen... Oh, wir kommen hier aber auch nicht rein. Ja, dann, Max. Deswegen, das bringt nichts. Von da hinten kommen wir nicht rein. Da hinten ist die Map zu Ende. Oh. Oh. Das muss uns schon wieder aufmachen. Das sind ja alle super Typen in seinem Superman-Umhang. Ziele erobern. Los doch. Boah. Komm, laufe in meine Gasgranate. Und ich werde von Tobi sogar wiederbelebt. Ja. Ist hin. Hast du ein B auch eingenommen? Ja, lauf weiter, lauf weiter. Deswegen wird sie eingenommen. Das sind drei Stück. Vier sogar. Ja, eine habe ich erwischt. Wann mal hin. Ja, die kommen jetzt auf jeden Fall alle hier lang. Verteidigt das Ziel bis zum letzten Mann. Komm. Ich werde hier gleich als Besuch bekommen. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Hier, erste Hilfe. Da sind noch mehr. Oh, oh, fuck. Da fährt ein Panzer. Nach wie vor funktioniert Eins super. Mit einem Panzer kuscheln. Ja, geil. Kein Sani da. Ne, ich bin gleich wieder da. Ich bin ja selber einer, aber... Da ist ein Panzer bei A, ne? Ja, ich komme mit nach A. Aber kann ich auch nichts gegen machen. Ja, wenn du am Leben bleiben solltest, dann bringe ich was mit, womit wir den kaputt kriegen. Oh Gott, wir haben noch 20 Soldaten. Robi, geh mal an der Seite. Oder wer auch immer da hinten. Ja, ich bin an der Seite. Ja. Nerv. Alter, wie überlebt der da so lange? Ich habe ja meine Panzerbüchse noch, aber ich muss dann erst mal ein paar Meter laufen. Ah, ich kann einnehmen. Wenn ich jetzt wüsste, hier sind doch überall noch Infantrieeinheiten, oder nicht? Oh, ein Scharfschütze oben auf der Maul. Kacke. Aber ich wurde wiederbelebt. Sehr schön. Nice. Komm her. Ja. Er ist der Hilfe für dich. Du bist verletzt. Ich seh mir das an. Ich wollte schon mal einen Martin-Infantristner-Tot, aber das war ein Panzer. Ach, fuck, ey. Egal, jetzt kommt man mit dem Luftschiff. Sondern für eure Mütter, Frauen und Schwestern zu Hause. Lasst uns zurückschlagen. Mhm. Noch zwei Angriffe. Ja. Wir bekommen Verstärkung durch Eindruckschiff. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Da kannst du zu fünf Leuten drauf. So, ich bin drauf. Wow. Ich auch. Ihr sitzt hinten. Herr Oberth, ihr sitzt hier. Ich sitz rechts. Aber immer erst mal schön die Flugzeuge nehmen. Das war's. Und die Fallschirmspringer, die auch überall immer scheinbar... Das ist das Luftschiff kaputt, oder wurde ich nur rausgeschossen? Äh, rausgeschossen. Das, äh, repariert sich gleich. Das krasse ist, wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt die Flagge ein, ne? Ha, 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 ha. Was macht denn dieser Panzertyp da? Was? Bei uns? Ne, bei A. Der Panzer steht dort und killt den Infanteristen nicht. Kann nicht jeder. So, jetzt sind wir irgendwie über C. Ja, und nehmen ein. Also deswegen am besten C markieren. Markierst du? Schnell? Ja, dafür muss ich erstmal leben. Ist markiert. Gucken wir mir noch ein paar Punkte mit. Ja, sauber. Kriegen wir nicht nochmal 100 Punkte mehr und du kriegst nämlich noch mehr. Ja? Alter. C haben wir. So, A wird eingenommen. Sehe ich gerade. Ich sehe zwar noch nicht so ganz wo. Wow. Bin ich gerade irgendwo runtergefahren? Wir haben Einsatzstil Cäsar verloren. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Ax, bleib. Was? Nee, nicht weg. Also wir sind jetzt bei A, ne? Ach ne, das war mit Daddy war das. Hier sind wir bei B. Alter. Ich sehe hier auch nichts mehr. Eigentlich will ich hier runter... Ich glaube, ich springe hier gleich ab, wenn wir B eingenommen haben. Ich springe mal ab. Oh, jetzt bin ich oben drauf. So, ich gehe nach A. So, ich gehe mal aufs Luftschiff. Mhm. Ich habe gerade einen Platz frei gemacht. Errobert, das verdammte Ziel. Was mit A? A habe ich vorhin noch welche gesehen. Also deswegen, ich gehe... Was, nix? Zack. Also eine Assault-Waffe hätte ich schon mal für dich. Das ist gerade unter mir. Komm, lass mich mal... Was, bei A sehe ich keinen einzigen rumrennen. Ich auch nicht. B ist aber eigentlich auch A, nur C. Dann gehe ich mal über den Innenhof. Oh. Jedenfalls höre ich hier aber. Wie heißt der? 30 Zentimeter Schwengel. Ja, guck mal. Was ist mit dem? So heißt der. Hat mich gerade getötet. So, ich komme mal bei B. Auf dem Kranz sind sie nämlich hier Wildzug-Gange. Nur da habe ich eigentlich die passende Waffe, um die eigentlich mal... Sieht es denn überhaupt mit C aus. Kann ich hier nicht sonderlich gut sagen. Okay. Okay. Ja, komm, ich komme auch mal wieder nach C. Da scheint ja wirklich was los zu sein, oder was? Ja. 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 Ich sehe dort keinen. Ja. 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 Ich sehe dort keinen. Ja. 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 Tobi. Ja. 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 Wenn ich dazu mal was sagen könnte. Ja. Tobi. Erobert das Ziel dort. So. C bitte erobern. Alter, willst du mich verarschen? Was passiert? Ich mach dir jetzt mit der Pistole platt oder was? Ne, bevor du mich jetzt platt machst. Bin ich der Einzige, der hier am Markieren ist? Kann ja sein. Ich hab keine Mutti mehr. Aber du schießt schon auf den richtigen, Tobi, glaub ich. Wenn du das bist. Der schießt Richtung A. Ey, ich hab noch einen Schuss, oder was? Einen einzigen Schuss. Ja, der hat jetzt lang gemacht hier. Mein Gott, was hat der denn für das Wasser gehabt? Dickes Medipack. Was hat der denn vorgehabt? So hilft natürlich auch kein Krieg, hä? Ja, die sind alle in dem Saal drin. Also da muss man... Kannst du nach A? Ja, ich komm da raus. Beziehungsweise ich geh bei unseren Kollegen da raus. Ich hab noch... Oder auch nicht, weil er da nicht raus kann. Ja, ich bin da. Was haben wir denn hier? Infanterie, oder? Es war Infanterie dort. Naja, guck mal. Ich bin noch da, aber... Ich glaub, ich nehm hier grad alleine ein. Ich hab den Schwenkgrill zurückgetötet. Weil der E4 ist... Ach du Scheiße. Ich weiß nicht. Das... Auf dem Zeppli ist jetzt richtig viel Platz. Und wieder ein Schwenkgrill. Erledigt. Gibt es mit den Punkten aus? Ziel erobern, los doch! C markieren, oder? Nee. Nee. Ah. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Wir sehen doch keinen rumrennen, doch da. Spray, Spray. Boah, scheiße. Man wird einfach überrannt. Da kannst du nur mit einer Automatikwafferei, sonst gibt's... Ja, fuck. Na komm, ich springe aber auch ab. Boah, oder auch nicht. Okay, ich glaube, ich springe gerade alle über C ab. Auch sehr geil. Fuck. Und ich lande natürlich mittendrin. Mittendrin lande ich. Ah, doch nicht. Ich bin doch auf dem Dach. Ja, jetzt verkacken wir nämlich richtig. So, mal eine Brandbombe rein. Dann geht's mal ein bisschen für Abwechslung hier. Weil da kann sich... Nein. Ah, scheiße. Wir müssen dieses fucking Ding einnehmen. Aber ich nehme, glaube ich, mal wieder lieber die Gasgranaten mit. Ich wurde wieder aus dem Zeppelin geschossen. Egal, wir springen jetzt alle. Wir machen jetzt C. C-Angriff. Oder doch B. Oh mein Gott, ich bin sowas von kacke abgesprungen. Ich lande irgendwo so bei B. Bin da. Ach, wir haben selbst ein Panzer schon da. Da werden wir doch wohl C mitkriegen. So, Gasmaske auf. So, er Oberausch. C kriegen wir jetzt. Du hast C nicht markiert. Markier noch schnell. Ja, perfekt. Yes. So dicke Kanone ist. Nein. Und verreckt an der Brandgranate. Nein. Da steigst du in Luftschiff. Oh, unser Luftschiff ist weg. Ja. Ist jetzt aber wichtiger, dass wir A. A wird schon mehr halten. Dass wir C. Ist das Tor immer noch? Ach, das Tor ist es offen. Dass wir C halten. Ja, das gibt jetzt ein kleines Massaker. Ja. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Erste Hilfe, nehmt schon. Danke. Hier, erste Hilfe. Danke. 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 Sekt erobert. Ja, sauber. Danke. 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 Nein. Eine Standgranate. Stiedelhandgranate. Standgranate. Mann. Nein. Scheiße. Lauf mal schön weg. Es sind immer noch welche da. Ja. Ja, das ist ja deren eigene Schuld, da ich durchgekriegen wir, Tickets wieder. Wenn das so ist? Ja, haben. Komm, du dickes Ding, geh durch die Tür. Steht ein Panzer. Oh, ein Sanitätshaut von der Gegenseite. Erste Hilfe, grad zu! Ich wurde grad irgendwie durch dich geheilt. Ja, ich stand neben dir. Okay. Oh, fuck. Ja, schick dir noch mal vom Tor her, ich hab dir noch meine Paz ab. Genau. Ist das Ding grad kaputt gegangen? Oder hört sich das nur so an? Ist das grad so ruhig? Kann ich grad so nicht sagen. Ich muss mal hoffen, dass ich es jetzt überlebe. Gas, Maske auf. Die ganze Zeit schon. Ja. Je nach Waffe kannst du es auch einfach die ganze Zeit auflassen, weil... Mit der Pumpgun siehst du so auch nicht mehr. So, ich würd' eigentlich sagen, wir gehen nach B direkt durch. Und direkt am rechten äußeren Rand lang. Weil das mal Maske abnehmen. Ja. Siehste mehr. Ja. 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 Ja, hat sich angefühlt wie ein Panzer zumindest. Scheiße. 91. Ja, da fährt ein Panzer links von uns. Oh, da stehen schon welche vor der Mauer. Du bist auch... Oh, fuck. Wir verlieren auch gerade den einen Punkt. Ich guck mal kurz, ob unser Panzerfahrer... Hat der was Ordentliches? Natürlich nicht. Oh, doch. Der hat die dicken Kanonen, das ist auch geil. Ja. Das ist schon wieder. Für die Beifahrer. Ja, Roman, das ist verdammt jetzt hier. So. Genau, fahr mal ein Stückchen weiter. Wart ihr das da oben? Wir müssen das Ziel erobern. Oh. Bist du verletzt? Hier, erste Hilfe. Erste Hilfe, greif zu, Mann. Lass mich deine Wunden versorgen. Erste Hilfe, jetzt schon. Danke, mein Freund. Boah, diese Nachlader-Animation ist ja heftig. Ja, du kannst dann aber mal schnell raus wechseln. Weg, 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 weg. Komm. Dreh dich. Komm, komm, komm. Wie kann... Wir haben doch eh keine Zeit hier, ey. Nee, und der. Seelen Ruhe hier. So, wo sind die ganzen Aris? Irgendwo hier sitzt sie doch bestimmt. In dem Zug, oder? Ja, da hinten. Erste Hilfe, zu dich. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Aber wir haben noch sieben. Sechs. Ja, wir müssen in den Flaggenbereich. Ich geh jetzt auch raus. Fünf, vier. Tobi, hab den Flaggenbereich. Komm. Ihr Sprinter. Nein. Scheiße. Ein Scharfschutz in den Vaggon. Fuck. Wir haben ja noch eine Angriffswelle, aber trotzdem. Der nicht sein müssen. Nehmt nicht wirklich. Wir wurden geschlagen, Jungs, aber wir können und werden ein letztes Mal angreifen. Also, lasst Europa von eurem Kampfschrei erzittern und holt euch diese Hunde. Letzten Bereich. Oh. Luftschiff. Das Luftschiff, äh, gewinnen wir das Ding eigentlich. So schnell kriegen die das ja nicht runter. Ja. Panzer ist auch besetzt. Der kommt. Komm, der. Oh, ich darf ihn steuern. Wen darfst du steuern? Das Luftschiff. Boah. Mal gucken, ob ich zu lange überlebe. Also, ich bin rechts auf der Dreie. Wo möchtest du hin? Ich fahre einfach gerade aus. Also, auf A. Ja. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht überleben. Oh. A gesagt. Ja, beziehungsweise, ich fahre direkt durch, aber A ist eh schon von uns eingenommen. Alles egal. Wir haben ja einen unserer... Ich wurde rausgeschossen. Wir waren passend da. Dann mach mal B. Ich bin tot. Ich werde es aber auch nicht lange... Jo, ich sehe gerade im Stream. Die werden mich eh vorher zerlegen hier. Oh ja, da sind aber auch viele. Ich nehme mal so die Häuser ein bisschen in Beschuss. Wenn ich so weit komme, wir sind in... Jawohl, wir sind da. Ja, da ist der Sucker. So, jetzt geht's los. Ja. Deswegen, das kriegen die nicht gehalten hier. Hier liegt nur so ein Luftschiff rum. So ein altes. Boah, krass. Multikill. Weil die wirklich alle in dem zerstörten Haus unten drin sind. Ist auch wirklich lebensmühle, sich da hinzustellen. Ja. Ja, gewonnen. Auch wenn der Zeppelin dabei kaputt geht. Das ist scheißegal. Hauptsache gewonnen. Ihr seid alle Helden. Ihr habt ihren Widerstand gebrochen. Aber das ist erst der Anfang. Nun gilt es, diesen Krieg in den Argonnen ein für allemal zu beenden. Ach, weiter geht's. Nächster Krieg. Ja, jetzt geht's in... Jetzt geht's in... In Busch. Um den Feind in das deutlich stärker befestigte Hinterland zu locken. Die siegreichen Dauboys marschierten in die Wälder der Argonnen... Was? Dauboys? So, wenn du da gleich das Flammenwerfer-Kit kriegst, das ist dann... Was ist dann? Ja, weil es gibt so ein paar Bunker, beziehungsweise so Keller. Und da kannst du dich normalerweise richtig gut drin verschanzen. Und wenn du da noch den Flammenwerfer-Kit hast, dann kriegt sich da keiner raus. Das sieht so ein bisschen aus wie... Der Hunde hat Bunker aus massivem Betonbunker, beschützte so große Anzeige. Betonbunker schnäuertes Entgas. Oh, das war so geil, als wir das mal auf einer Lahn gezockt haben. Battlefield Vietnam. Achso, Battlefield. Ja, ja, genau. Ach, das andere war ja Vietcong, genau. Das war noch was anderes. Und hier, wie gesagt, kommt natürlich auch der Panzerzug dann auch gleich zum Einsatz. So, ich werde jetzt mal... Ritzbunker. Gibt's irgendwie Ritz... Ähm... Wer ist das denn? Ist das nicht so eine Hotelkette? So, Tobi. Wo... Lauf mal hin. A, B, A, B. Lauf mal nach A. Das ist eine A. Wir hätten hier eine Runde pfeife. Das ist der Befehl. Los, los. Oh Gott. Rauh, halt mal ein bisschen. Aua. Eien. Na komm. Da unten wird doch wohl einer an seinen Gas. Dann wird es trocken. Hörte sie doch schon mal gar nicht so schlecht an. Okay, B scheint einfacher gewesen zu sein. Ah, nein, nein, nein. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Oh, das Flammenwerfer-Kit ist da. Scheiße, scheiße, scheiße. Das hole ich mir jetzt. Weil das ist richtig funny. Yes. Hast du's? Ja, ich hab's. Ist mal nur ein bisschen langsamer, aber... Ja, da ist ein Flammenwerfer auf dem Rücken. Ich komm jetzt gleich... Ja, ja, und die Maske auf. So, bin gleich da. Mach mal den Weg, Alter. Der hat mich... Also statt, dass ich ihn gemessert habe, hat er mich gemessert. Ja, du musst dann ganz schnell... Wenn du merkst, dass er nicht messern will, musst du selber aufmessern. So, Max ist da. Ich geh mal außen rum. So, Nummer eins. Tobi, links oben ist einer. Den krieg ich nicht weg. Den müsstest du erledigen. Da oben. Ja, ich fahr hier gerade unten im Tunnel dran. Ja, den nehm ich. Sektor ober, top. Einsatzziel, Albert, erobert. Säubert den Sektor von Pinecruf. So. Robert, das Ziel. Ich bräuchte... Bist du Medic zufällig? Ja. Dann müsstest du mich mal... Ich bin hinter dir. Gehen wir, gehen wir. Für dich, Kamerad. Das ist schön, dass ja, wenn du neben mir stehst, ne, kann ich dich einfach mit... mit Kuh heilen. Ja, genau. Und wie gesagt, du wirfst mir das wirklich auf weiter Entfernung richtig zu. Ja. Wir laufen nach A, oder? Weißt du nicht, wo ich gerade hinlaufe? Ne, nicht Richtung A. Was du markiert hast. Au, da oben ist ein Scharfschütze. War einer? Nein! Oh, wir nehmen A auch schon ein. Oh! Lebst du noch? Ja, du mich auch. Ja, ich leb noch. Ach ja, wir können hier hinten langlaufen, Tobi. Wenn du mal wieder... Also, wenn wir es gleich B eingenommen haben, kann man hier... Da kommen die Gegner nämlich auch alle, ja. Ah, okay. Da ist ein Autoreifen hinten drauf. Ah ja, genau. Hier ist nämlich ein Bunker. Ja, wer wollte hier gerade Ärger machen? Oh, der scheint wirklich noch einer dumm zu sein, der Ärger machen will. Wollen wir mal alle rein hier. Weil hier ist, glaube ich, ganz viel Muni drin. Wenn man da den Stippen dran hält, geht alles hoch. So, ihr Sackers. Oh, fuck. Scheiße. Die haben mich leider umgebracht. Ich sehe so geröstet aus. Das könnte dann... Ich war es nicht, sag ich mal so. Sieht wirklich aus wie schwarze Kohle. Ja, ja. Da bleibt nicht viel von übrig. So, ich bin dann auch mal wieder bei... Oh, ich habe gar nicht so viel geschafft. Ich dachte... Oh, jetzt hat wer anders hier ein Slumberford-Kit oder was? In dieser Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. So, immer ein paar Granaten da rein. Ja, ein Wachsoldat-Kit. Ja, das finde ich jetzt nicht so toll. Also, du hast so... Natürlich auch auf kurzer Entfernung machst du natürlich auch nicht Schaden mit. Genau, du musst da eigentlich rein, Tobias. Du hast nämlich eine super Rüstung. Ja, die haben da auch mittlerweile alle Gasmasken drauf. Und dort. Echt? Ja. Das ist... Gasgranate. Ich konnte irgendwie keinen Helm aufsetzen. So, eins. Ich bin jetzt bei dir. Ja, ich will dir aber direkt wieder raus. Das bringt nichts. Du bist von anderen... Na, ey. Warum stehen hier die anderen eigentlich? Boah, scheiße. Oben auf dem Hügel sind schon mehrere. Ich muss noch ein paar Headys machen für den Orden. Boah, schießen die hier mit einem Panzer rein? Nee. Mit der Panzerbüchse wahrscheinlich. Ja, weil einer hat natürlich auch das Ding abgeschlossen, deswegen. Ach, scheiße. Scheiße, die haben das andere weg. Erstmal nach Albert gehen. Okay, da geht's nicht lang. Fuck. Tut auch nicht. Okay. Kommst du mit einer A? Ja. Ich kam mit nach A, bis ich irgendwo an der Wand festhing und dort nicht mehr hochkam. Ja, also diese Waffe ist einfach nur der Hit. Die rotz so durch. So, jetzt wieder nach B. Ich will da eigentlich nicht rein. Wer macht denn hier die Tür zu? Oh, da kann ich ja nicht lang. Ja, genau. Schön mit dem Flammenwerfer rein. Richtig so. Genau so. Kommt er. Genau. Da werde ich noch von Tobi wieder überlebt. Ist doch alles super. So, wie es sein muss, ne? Ja, nur wir müssen hier raus. Das ist ja das Problem. Weil wir wollen ja den Punkt annehmen. Ja, wo? Ja, weißt du, die haben da oben eine Haubitze steht. Deswegen kommen wir da nicht raus. Hier, Mann. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Mein Gott, ey. Das muss doch... Und einer wieder... Ein scheiß Scharfschütze. Der macht wieder nix. Ich will mir die Wunde mal ansehen. Damit kommst du auf die Beine. Danke, mein Freund. Hier, er ist dir Hilfe. Nein. Er hat ihn doch gemessen. Naja, aber ich kämpfe mich so langsam hoch. Oh, und er ist auch schon wieder weg. Das macht auch richtig Spaß, ne? Also meinte, die Leute sind echt zu blöd. Ich stehe auf denen drauf, ne? Als Wiederbeleber. Und die lassen sich sofort los. Okay. Das ist spannende Musik. Das ist der Max. So, jetzt mal rein ins Geschehen. Tja. Was war das, Max? Was denn? Was die geworfen hat? Nein, ich meine, rein ins Geschehen. Und dann war Totenstille und wir waren tot. Ach so, ja, die Türen waren zu. Hallo, warum bleiben die vor, wir stehen? Fuck. Ja, so gewinnen wir das Spiel nicht. Ne. Aber A, ja. Bei A sind ja noch zwei, drei Leute geblieben, die da wahrscheinlich auch bleiben. Au, au, au. Hier einer, den... Ach so, jetzt sind sie auch schon mit Artillerie zugange, Tobi. Oh, ein Wachsoldat-Kit. Ah, es hat jetzt schon einer. Ja, komm. Ach, ja. Verlieren A. Was für eine DNA? Wir verlieren A. So, das ist schlecht. Wir haben ja nichts gesehen, von wo man hier beschossen wird. Aber dann werden ja beide Kits hier ausgegeben. Wachsoldat-Kit und das Flammenwerfer-Kit. Das ist natürlich schon mit... Naja, ich bin mal abwechselnd, wahrscheinlich. Naja, es kann sein. Naja, ich geh mal wieder nach A. Ich bin hinter dir. Ja. Ich bin Sturmsoldat. Markiert hast du, ne? Ja, klar. Hast du es weggekriegt? Ja. Ah, wird es wieder erobert von denen. Okay. Ich drehe wieder um. Ja. Meine Fresse, ey. Ich schieße auf der letzte... Okay. Hier, erst der Hilfe. Danke, Mann. Das hat sich gerade sterben lassen. Ja, du hast dich sterben lassen, ne? Na. Ich wurde bayonetiert. Ja, das kann wer anderes anfangen, auf dich zu schießen. Aber mit dem... Na. Wir brauchen noch einen anderen. Wir haben verloren. Das ist das Ende. Kein Grund, sich zu schämen. Ihr habt für die Demokratie... Tja. Und Präsident Wilson verneigt sich vor euch. Wir haben doch noch eine Chance, oder? Man kann nur spekulieren, was das deutsche Heer die Haas-Argonnen-Offensive zurückgeschlagen hätte. Nach vier Jahren war das deutsche Volk des Krieges längst überdrüssig und das Reich begann zu bröckeln. Und da immer noch amerikanische Truppen in Europa landeten, wäre ein Sieg der Entente wohl noch immer möglich gewesen. Ja, ich habe auch erst um zwölf Uhr gefrühstückt. Schwere Niederlage, oh Gott. Ja, weil wir da überhaupt nicht weitergekommen sind, ne? Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ein Battle-Pack noch ab. Glaube ich ja nicht, dass ich noch ein Battle-Pack kriege. Ist überhaupt drin. Äh, verschieden. Mal Waffen oder Packs für Waffen und so weiter. Achso. Ne, ne, aber hier, Schwenkgrill hat einen gekriegt. Meister Heilung, 67, Tobias. Aus dem Team, ja. Schwenkgrill. Ja, oder? Wo ist der 30 cm Louis geblieben? Nee, gar nicht. Ich hätte unter Persönlich stehen. Gott. So, da brauchen wir doch mal den Stream ausmachen. Stoppen. Selbst draufgedrückt? Nein.